Äh, keine Ahnung, ähm, wir, ähm, gucken uns eure Kunst an. Dankeschön. Erstes haben wir. Speedrun, hab gerade ein paar Stunden durchgezeichnet. Digger. Digger. Oh, das ist crazy. Das ist crazy. Du bist leiser als die Musik. Hä? Hä? Ich check hier wieder gar nichts. Jetzt ist es auf einmal zu laut. Ähm, also, was haben wir hier? Wir haben... Boah, das ist schon ein richtig geiler Vibe. Warum ist das sus? Warum ist das sus? Okay. Y2K, Art by Kero, Neek. Richtig nices Bild, Junge. Holy fuck. Ich schwöre, das könnte ich mir instant als Profilbild nehmen. Das finde ich ultra... Legit? Das wäre einfach ein Twitch-Profilbild. Ey, falls du das siehst, kannst du mir das nochmal ohne dieses Neek senden. Und ich könnte das als PB nehmen, genau diesen perfekten roten Kreis hier im Hintergrund. Das ist ja ultra nice. Legit, erstes Bild ist einfach schon ein Pin. Das ist crazy. Das ist crazy. Shiro. Yo, yo. Hab noch nie was gemacht, aber dachte, wäre mal lustig mitzumachen. Hoffe, es gefällt dir und chat. Müssen noch reingezoomt werden. Okay, let's see. Was ist hier? Oh, auf so Pixel-Art-Basis. So, get away. Oh mein Gott, feel strong, man. Der Song mit dem Mond. Okay, krass. Casino? Star. Ey, ich finde das voll geil. Guck mal, das NB-Logo ist so mit Holo in der Luft gemacht. Und hier haben wir, ist das Guts-Schwert? Holo-Night-Schwert? Whatever. Irgendwas. 21 Uhr 27. Und da ist Dio, glaube ich. Eve? Okay, warte. Da bin ich und warum habe ich Eve auf dem Seitenbildschirm? Da stream ich ja gerade. Wie süß. Hä? Okay, hier unten spielen Leute so Tennis oder so. Whatever. Hier ist ein Club. Okay. Und hier ist, oh, ein Holo-Night-Kopf. Café ist da. Junge, das ist ja voll geil gemacht. Real Talk. Ich finde das ultra kreativ und nice gemacht. Creeper? Wo? Wo ist ein Creeper-Chat? Das soll doch kein Creeper sein, oder? Ja, auf jeden Fall sehr nice. Dann haben wir erstes Cyberpunk-Artwork ever. Das soll nix sein. Oh. Jo. Junge, was ist das für eine heftige Waffe? Auch die Handpose ist mega chillig mit diesem Handschuh und so. Junge. Einfach die NB-Klinge. Das sieht auch, das sieht, das passt komplett in den Vibe. Das passt komplett in den Vibe. Ich finde richtig, sogar mit Bart. Das ist eine Gesichtsbemalung, Chad. Das ist crazy. Das pinne ich auch an, Junge. Das ist crazy. Von Kologo. Dann haben wir hier bester Bisschen um Rebecca zu zeichnen. Kann mich für keinen Grundschein. Jo, was? Cyberpunk-Edge-Run. Junge, Rebecca ist so eine geile. Jo. Okay, wir haben hier also direkt schon die erste Edge-Runners-Reference. Ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele, ähm, äh, also Cyberpunk-Charaktere aus Edge-Runners machen. Die finde ich richtig nice. Also, Real Talk, das Bild ist ultra schön. Ist auch ein richtig nice, ist so Poster-mäßige. Das könnte ich mir auch richtig gut als Display vorstellen. Boah, ich muss, ich muss aufpassen mit den Anpinnen, wirklich. Ich muss echt an, aufpassen. Erstes Mal Cyberpunk, circa drei Stunden Arbeit. Happy Pride Month, by the way. Wow, okay. Das muss ich mir mal genau angucken hier. Guck mal, wie krass das ist mit diesen, mit diesen Schrauben oder was das ist. Das ist ja übelst geil. Auch richtig nice gemacht mit dem, äh, mit dem Licht. Boah. Nick ist wie der Papa, der sich über jede Zeichnung seiner Kinder freut. Äh, ja, ich freue mich über jede Zeichnung von euch. Wirklich über jede. Und ihr seid ja wie meine Kinder. Okay, sorry. Wollte wieder was einreichen, hab erstes Mal im Cyberpunk-Style gezeichnet, aber hatte sehr viel Spaß gemacht. Boah. Digga, ich liebe die Farben. Guckt euch das mal an, wie knallig. Hier haben wir auch was richtig dickfettes durchgezogen und hier haben wir so gescribbelt. Digga, das finde ich richtig fresh. Das finde ich richtig fresh. Tony, richtig geiles Bild. Erstmal Cyberpunk und erstensmal digital. Nicht das erste, aber hat Spaß gemacht, was auszuprobieren. Yo. Yo. Oh, das ist leider eine sehr schlechte Qualität gerendert. Musst du mal schauen, dass du deine Bilder, äh, mit einem anderen Format renderst. Aber ich kann erkennen, wie cool dieses Bild ist. Und das ist mega geil. Wirklich. Okay, doch, wenn ich meinst mir... Weißt du denn, Shadow? Höhere... Genau, höhere Auflösung. Noch nie wirklich was in die Richtung gemacht, aber hat mega viel Spaß gemacht heute. Der Retro-Store. Hä? Hä? Was ist das denn? Wie geil... Was? Wie geil... Wie geil ist das denn? One Piece Full Collection. Ein NB-Poster. Alte Konsolen. Wii Nunchuck. Gamecube-Controller. N64-Controller. SNES-Controller. Ähm. Äh, 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 die Joy-Cons. Der Gameboy. Gli-Bunkel. Junge, wie cool ist das denn? Da hinten ist ein Stream-Ausschnitt von mir und Weg, der da läuft. Hier sind die Konsolen. Hier oben ist so eine, ähm, Buba-Frau. Digga, ich find alles, ich find das so cool. Ich find das so cool. Genau, und die Form des Ladens ist auch gleichzeitig auch ein Gameboy, oder? Junge Chat, ihr habt mir in diesen paar Bildern schon bewiesen, was ihr wieder für eine krank kreative Community seid. Ich find das so beeindruckend. Ich hätte, ich bereue es zu null Prozent, dass ich jemals mit diesem Art-Contesting angefangen hab. Weil es so nice ist zu sehen, was ihr da schafft. Junge. Scorpio, dankeschön für 52 Monate. Musik ist wieder zu laut. Digga, sorry. Ähm, wurde jetzt nicht so krass wie die anderen Artworks hier. Aber er hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, was ist das? Das ist eine, eine Schlange mit einer Waffe in der Hand. Okay. Okay. Mit einer Glock. Arbok. Ja, okay. Also ich seh jetzt nicht so krass den Cyberpunk-Bezug. Außer hier so, dass das so angedeutet ist, dass da so ein bisschen Technik in der, in Arbok drin ist. Ähm. Arglock. Aber nice, Rachel. Sehr geil. Cool, dass du mitgemacht hast. Komplett außerhalb meiner Komfortzone, aber bin trotzdem echt zufrieden. Yo. 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 Hä? Digga. Cyberpunk Power Ranger ist so. Ne, Mann. Das ist ultra cool. Das ist mega cool. Da hast du, also ich finde, das sieht richtig, richtig real aus. So krasse Schattierungen. Also wirklich so krasse Schattierungen. Guckt mal. Hier haben wir ein Licht. Hier haben wir die normale Color. Hier haben wir die erste Schattierung. Hier haben wir eine dunklere Schattierung. Hier wieder drum Licht. Guck mal, wie viel Mühe sich dabei gegeben wurde, diesem Look so eine Dreidimensionalität zu geben mit den Schattierungen. Da ist so viel mitgemacht worden. Das ist so viel Arbeit, Digga. Ich komm nicht klar. Das ist so cool. Hellhorn, dankeschön. Für 25 Monate. Das muss ich sofort pinnen. Das System der Spezialeinheit. Nick Beats ist zu 98% bereit. Seine nächste Mission steht bevor. Der Chat steht auf dich, Nick. Yo. Oh, einfach mit Geschichte. Alter. Yo, wie schön. Was? Der ist komplett geil. Auch vor allen Dingen voll cool, dass es hier so rot ist. Also, dass hier so eine Wärme von rechts kommt. Und hier, dass es so ein bisschen kühler ist. Digga, ich find's ultra nice. So blau und rot zusammen. Das Einzige, was ich ein bisschen krasser noch hätte gefunden, wenn ich würde, wenn ich gefunden hätte, dass der Oberkörper noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität bekommen hätte. Weil der wirkt von hinten sehr platt. Aber ich glaube, es liegt gar nicht am Rücken, sondern es liegt an den Schultern. Aber ich kann es nicht genau beschreiben. Ansonsten finde ich das Bild richtig nice und ich pin's auf jeden Fall an, Blue. Richtig gutes Bild. Richtig gut. Ich hab noch nie so lange für eine Zeichnung gebraucht. 18 Stunden, wie auch immer. Ich fand dieses Thema toll und habe viel drüber nachgedacht. Vielleicht musst du hineinsuchen, um die Details zu sehen. Welches gucken wir uns an von den beiden? Das hier. Alter. Das sieht crazy aus. Vor allen Dingen auch nice gearbeitet. Mit dem Vordergrund. Vordergrund ist sehr... Der ist sehr prägnant. Dadurch scheint die Person im Hintergrund ein bisschen weiter weg zu sein. Aber ich finde es sehr cool, wie du das versucht hast, so auch im Hintergrund diese Hochhäuser mit einzubauen und so sehr krasse Details hier unten gemacht. Naja, auf jeden Fall sehr gutes Bild. Finde ich richtig nice, Buckle. Und man merkt, dass du echt viel Zeit reingesteckt hast. Insane. Wirklich insane. Was ist das? Was ist das? You look lonely. Enjoy. Prime ist kostenlos. Alter, wenn diese Dame mir sagen würde, dass Prime kostenlos ist, dann würde ich aber nochmal ganz flott nachgucken, ob ich da nicht... Was für ein Niek, Junge. Was, Jasmin? Ich hab das doch nicht gezeichnet. Ich hab das doch auch aufgemacht. Wer ist sie denn? Ich glaube, sie... Mann. Ja. Tiefer steht hier. Ja, tiefer. Aber sie ist... Ich finde, sie steht für sich alleine. Definitiv. Ich sitze auf dem Balkon. Mach das weg. Was sollen die Nachbarn denken? Hä? Sefrax, wie sollen die das sehen? Okay. Cyber-Zelda im Hintergrund. Kakariko. Ich bin noch nicht lange in der Koalition. Konnte deshalb nicht wirklich alles... Etwas Fanmäßiges machen. Alter, Red Hood. Danke für den Prime. Hab vor einer Woche Theotica Blind durchgespielt. Musste Zelda mit einbeziehen. Oh mein Gott, Shad. Stellt euch mal vor. Zelda im Cyberpunk-Universum. What. Da. Fuck. Das wär ja crazy. Was ist das? So new, so... Schilder und Stuff. Okay. Auch die Waffe ist saucool gemacht. Es sieht schon sehr, sehr nice aus. Und im Hintergrund Kakariko. Okay. Okay. Sehr cool. Sehr cool. Das sieht aus wie Dalu-Kart. Meine erste Zeichen in so einem Style. Im Vergleich zu manchen Bildern denke ich, dass ich bei den nächsten Contests besser abschneide. Aber ich hab's versucht. Im Hintergrund wollte ich eigentlich eine Cyberpunk-artige Stadt machen. Aber die Perspektive war nicht so gut. Mein Friendsbild. Oh, damn. Damn. Ich find das sehr cool mit dieser, weiß nicht, Stromsäule hier im Hintergrund. Und die blauen Haare sehen fresh aus. Ich könnte straight up auf jeden Fall einer aus Edgerunners sein mit diesem Look. Ja, Mann. Das sieht sehr geil aus. Sehr, sehr, sehr geil. Richtig schön spitze Haare. Das passt auch zu diesem Cyberpunk-Vibe. Hier, das war die Vorlage. Und wir haben sogar noch ein Video dazu. Boah, das ist schon echt geil, Alter. Das ist schon echt geil. Ähm. Pinne ich mal auch mit an. Boah, ich muss echt drauf aufpassen, dass ich nicht zu viele anpinne. Sonst haben wir nachher... Wir haben ja nachher 40 angepinnt, 30 angepinnt. Und dann müssen wir uns für 5 entscheiden. Das ist doch schlimm. Bin ich gerade der Besten zu nehmen? Ah, okay. Sehr viel mit dem NB-Logo gearbeitet. Ich find's interessant, dass so viele mit dem NB-Logo arbeiten. Find ich cool. Aber hat sich vielleicht bei Cyberpunk auch angeboten, ne? Du musst halt heute sehr streng sein. Ja, was soll ich machen? Aber, Chad, es geht nicht darum zu gewinnen. Es geht darum mitzumachen. Dabei sein ist alles. Und das ist das Wichtigste am Art-Contest. Zu zeigen, was ihr so könnt. Euch selbst zu motivieren. Besser zu werden. Und mitzumachen. Und einfach einen Grund zu haben, eine Woche lang zu zeichnen. Ist doch geil. Was ein Glück, dass Backrooms als Thema nochmal überdacht wurde. Wollte erst eine hervorstellende Gründung machen. Fällt das Bild dann zu überladen. Wollte ihn der Charakter lieber für sich sprechen lassen. Das ist mein Gewinner. Chad, das ist mein Gewinner. Ich liebe alles da dran. Ich liebe alles da dran. Digga. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Wie krass sieht das aus? Einfach einen komplett eigenen Charakter erschaffen. Wie krass, dass man einen durchsichtigen Body macht, um diese Cyber-Wirbelsäule zu zeigen. Was ist das denn? Bro, dann noch eine Waffe mit dem NB-Logo drauf. Hier die... Digga, das ist... Nein. Das ist krank. Das ist krass. As fuck. Ich muss den Streamer-Modus deaktivieren. Cup Kelly. Du bist insane. Digga. Ich schwöre, ich liebe dieses Bild. Boah, ich liebe Kunst, ne? Das ist so krass, was Leute erschaffen können. An Westworld hatte ich auch als erstes gedacht. Sie hatte letzte Woche die Prinzessin am Strand. Digga, Cup Kelly. Ich... Bitte. Das zählt eh für ganz viele. Aber ich spreche dich jetzt mal kurz persönlich an. Bitte... Mach mit deiner Kunst etwas, wovon du leben kannst. Irgendwas. Irgendwas. Aber wenn du Patreon machst, mit deiner Kunst, oder wenn du irgendwelche Aufträge machst, ich kaufe alles, was du anbietest. Ich schwöre es dir. Ich finde dein Artstyle so nice. Real Talk. Wollte auch mitmachen. Vor allen Dingen bei diesem Thema. Zwar ein bisschen schlampig gearbeitet, bin trotzdem zufrieden. Einfach schlampig. Meinungen zu Overnies. Meinungen zu Overnies. Finde ich hot. Dankeschön für die 5 Euro. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank für die Spende. Will Illustration studieren Ende des Jahres. Cup Kelly, du schaffst das zu 100%. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Vergleich dich nicht. Du bist krass, okay? Weil Künstler neigen oft dazu. Boah, das ist schon heftig, Alter. Das ist richtig krass. Auch so eine... Das erinnert mich auch ein bisschen an Dings. Cellar Blade mäßige. Mit den Steckern hier hinten so. Unique in Neon so drin. So als... Als... Das finde ich... Und ich finde die Schattierung von der Hand richtig nice. Also es wirkt sehr, sehr, sehr echt. Richtig dope. Ah, schon sehr cool gezeichnet, Alter. Respect daran. Respect. Wann wird die Krabbe gespielt? Genau hier nach. Boah, das ist halt auch krass, ne? Mods, war das nicht das Bild, was es schon mal... Äh... Was es schon mal gab. Ja, okay. Das werde ich dann nicht mit anpinnen. Weil das ist ne... Das ist basierend auf einer Vorlage. Auf einem Template. Was okay ist, das kann man machen und so. Aber ich fände es immer wichtig, wenn man dazu noch schreibt. Ich habe mich hierbei inspirieren lassen, ja? Eigentlich nicht so mein Stil, aber just for fun. Boah. Alter. Ich weiß nicht, wer sie ist, Chat. Aber ich... Habe mich in sie verliebt. Das ist... Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Bild. Könnte ein Idol sein. Actually, könnte ein Idol sein. Kim, das ist krass. Das ist voll der softe Artstyle. True. Das ist wirklich sehr soft. Ist ein bestimmter Pinsel, so ein Brush, um das ganz soft zu machen, oder? Fand das Thema sehr interessant. Deshalb wollte ich... Achtung, wie wo Raven kommt. Deshalb wollte ich mich auch dran versuchen. Okay, let's see. Oh. Digga, Chat, wenn ihr das Bild anguckt, bewegt sich der Hintergrund bei euch auch? Guckt mal in die Mitte auf diese... Das bewegt sich bei mir. Ja, nee. Okay, dann bin ich. Nein. Das könnte ein Motiv für ein Merch sein. Actually, ja. Actually. Ich finde das auch richtig dope gemacht. So ein zerfallener Roboter. Und da reicht es auch, wenn man einfach diese Outlines macht. Das kommt so voll krass. Ich finde es mega. Tami, richtig gutes Bild. Wird angepinnt hier. Ups. Yeah. Prophet Lily. Mit 50 Monaten. Holy fuck. Dankeschön. Für 50 Monate Support. Danke, Lily. Vielen, vielen Dank, Mann. Das Thema war sehr herausfordernd. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich freue mich über jeden Tipp. Okay. Was man hier in dem Bild auf jeden Fall sieht, ich mag deine Farbgebung, aber was man hier auf jeden Fall sieht ist, dass du sehr, sag ich mal, unsauber mit den Pinseln und mit den Strichen gearbeitet hast. Also du hast halt eher eine Skizze gemacht. Das ist auch fein. Aber man sieht auf jeden Fall, dass du bei der Skizze hier so zack, zack, hier sieht man, dass du wieder so reingehst und sowas. Dadurch entsteht halt so ein bisschen so ein unsauberer Effekt. Auch mit der Farbe zum Beispiel, ne? Hier. Aber ich finde die Idee cool. Vor allen Dingen auch, dass da so im Hintergrund jemand mit dem Motorrad fliegt einfach. Am besten gefällt mir, glaube ich, sogar hier die Person. Ich glaube, das ist gewollt. Kann sein, ja. Ich zeichne hier sehr selten digitalen. Hatte ein bisschen Anime-Weskanzler-Faktion, aber hat es uns spontan eine Szene inspirieren. Nein. Och, ist das süß. Oh nein. Das ist ja voll schön, Mann. Ehrenthaler, danke für deinen Prime-Sub. Das ist sehr sweet. Mein erster Beitrag zum Art-Contest. Freue mich schon auf weitere. Habt ihr schnell meinen V-Tube-Charakter in Cyberpunk-Stil gezeichnet? Oh. Damn. Okay. Sogar die Tads mit drin. Und ich glaube, das ist auch so eine bestimmte Cyberpunk-Pose. Die kommt mir bekannt vor. Aus dem Edge-Runner-Anime. Kommt mir sehr bekannt vor. Irgendwann werde ich auch ein V-Tuber-Chat. Wie findet ihr das? Würdet ihr mich auch gucken, Chad, wenn ich ein V-Tuber wäre? Du bist schon einer. Hatte bei der Abstimmung so Pokémon gehofft als Thema. Aber wie man sieht, in aktuellem T-Tuber trotzdem nicht davon abgehalten ist. Cyber-Track- Äh, 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 Cyber... Digga! Cyberpunk! Ich wollte Cyber-Track sagen, Digga. Trifft Raptain. Jo! Jo! Alter! Ich wusste nicht, dass Raptain noch cooler sein kann. Aber Cyberpunk-Raptain... Ist das krank? Die Farben... Ist das Mink? Das ist Mink. Das ist so... Das ist so Mink, Junge. Das erkennst du straight. Junge, Mink hat einfach so einen eigenen Art-Style. Du erkennst es sofort. Sofort angepinnt den Art. Raptain ist mein Zweitlieblings-Pokémon. Das wird so angepinnt. Amika, Dankeschön für neun Monate. Vielen, vielen Dank. Er war dran gesetzt. Fantastisch, deswegen wollte ich mitmachen. Alter, was? Was? Nein. Chat, kann man sowas zeichnen? Kann man so... Kann man sowas zeichnen? Was zum Fick? Das sieht schon fast 3D gerendert aus. Ja, oder? Hä? Dieses Gesicht, das sieht aus wie echt, als wäre es ein Foto. Der sieht echter aus als du, ja. Der sieht echt echter aus als ich. Boah, übrigens möchte ich mein eines Ohr wirklich genau so machen, ne? Ich habe ja schon die 3 Löcher und ich wollte wirklich einfach so 1, 2, 3 noch hoch... Ich wollte einfach noch mehr hochgehen. Vielleicht kombiniert in Photoshop. Egal wie, es sieht so krank aus, Chat. auch, dass hier die Farbe aus dem Auge mitkommt. Junge, das ist... Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Josie. Der Atron-Test motiviert mich wieder, mit dem Zeichnen anzufangen. Geil! Deshalb will ich auch mal meins reinschicken. Ach, auf einem Block gezeichnet. Auch eine Challenge. Auch eine Challenge. Ich finde die Zeichnung übelst cool. Ich mag das Gesicht richtig gern. Der... Die Schultern sehen so sehr... Also, das ist so sehr weit unten. Also, weil der Hals hört ja quasi hier irgendwie auf. So. Und dann geht es aber irgendwie weiter nach unten. Also, ich hätte... Ja, oder sie hat halt die krassesten Nackenmuskeln der Jen. Und hier beginnen die Schultern erst. Ja, das Ohr ist abgebissen. Hier oben sieht es auch aus, als ob die Haare irgendwie abgerissen werden. Also, es sieht so ein bisschen fetzig aus. Aber ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Es ist ein sehr, sehr eigener Stil. Und der Hintergrund ist auch interessant, so gewählt. Finde ich dope. Aishi. Aishi. Oder wie auch immer. Ups. So. Okay. Ist auch richtig dope, Digga. Die Pose auf der Säule mit dem Flügel. Auch mit dem Schatten ist es nice, dass der Flügel mehr im Vordergrund ist. Was habt ihr alle mit eurem Casino? Ist nice. Ist eine coole Hochweise auch im Hintergrund. Bisschen, ähm, 2D so. Aber ist eine sehr coole Idee. Feier ich. Hab für den Art Contest diese Woche ein Business CGI gemacht und versucht ein paar Stream-Highlights mit reinzubringen. Super viel Spaß gemacht. Nein. No. No. Fucking. Way. Das ist einfach Grill aus Another Crabs Treasure. 3D modelliert im Cyberpunk-Style. Hier haben wir ein Neon Hollow Knight, ein Neon NB-Logo und Bell VR Hobbing. Was? 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 Das ist ja so krank, dieses Bild. Caso, danke schön, bis 7.30 Uhr. Vielen, vielen Dank, man. Hä? Das ist ja so krank. Feeling lonely? The Moon Snail can fix that. Oh mein, oh mein Gott. The Moon Snail. Oh mein Gott. Wie kann man so cool sein? Digga, dieses Bild ist so geil. Niranian, Junge, ich kann nicht mehr. Wie bist du so kreativ? Alter. Oh mein Gott. Junge. Das ist so heftig. Guckt euch das einfach mal an, was für Arbeit Leute hier reingesteckt haben und uns einmal kurz so für eine Minute im Stream uns das zu zeigen. Das ist, das ist doch insane. Also ich möchte auch unbedingt, dass dieser Discord und die ganzen Bilder hier drin bleiben, dass man sich das auch äh, weiterhin angucken kann. Weil, Digga, was ist das? Das ist doch krank, einfach nur Respekt. Meine Einsetzung zum Thema Saipang hat Spaß gemacht und bin gespannt auf den nächsten Content. war krank am Wochenende, war so eine geile Ablenkung, hat mega viel Spaß gemacht. Alter, vielen, vielen Dank und gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's besser. Ähm, ja, eine sehr schicke Lady. Respekt und Liebe an alle, die hier mitmachen. Ihr seid awesome. Yo. Alter, auch geil. Junge, dieses Bein. Erinnert mich auch sehr an, 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 an Cyberpunk oder Cowboy Beepop. geht auch in die Richtung. Hab seit Artconnest wieder mehr Motivation zu zeichnen. Dankeschön. Oh, Digga, ich mag den Stil irgendwie. Das hat was. Richtig nice. Das ist ultra cool. Ich mag diese Zeichnung voll. Das hat irgendwas total entspanntes, beruhigendes. I don't know, kann ich mir richtig gut auf einer Leinwand vorstellen. Und, ich mag es auch total, wie du Arme zeichnest und Hände. Das ist nämlich eine Kunst und ich finde, dass der Oberarm richtig gut aussieht. Die Füße auch. Und vor allem das Gesicht auch. Richtig große Augen, Alter. Oder beziehungsweise große Pupillen. Das mag ich. Das mag ich richtig gern. Was ist das? Ah, so auf Windows Echse gemacht. Okay. Kreativ. So auf Paint. Das ist doch vom Anime. Von welchem gehört? Das hier? Ich hab versucht, das mal erstmal wirklich was digital zu zeichnen. Hab vorher nie Cyberpunk gehört. Gehört, aber egal. Ist zwar schlecht geworden, aber YOLO. Ja, das war bestimmt für dich auch mal eine Experience da so dann reinzugehen und in dieses Cyberpunk Genre reinzudiggen einfach so in das Thema. War auf Papier gezeichnet. Ach, das ist auf Papier gezeichnet? Das erkennt man überhaupt nicht. Was? Hä, aber du hast dann quasi das eingefügt, right? Der Art Contest hat mich echt motiviert, wieder am Tablet zu zeichnen. Junge, die Pose ist extrem, extrem mutig, ne? Das erinnert mich so an eine Ohre, Ohre, Ohre Zeichnung von der Pose her und es ist crazy schwer, das alles in eine Proportion zu bekommen, aber du hast es relativ gut hinbekommen. Das Einzige, was ich nicht so ganz erkenne, ist das linke Bein. Also irgendwie was um dieses Bein herum ist von der Proportion irgendwie nicht so ganz im Blick, aber was auch ein bisschen an der Fisheye-Perspektive generell liegen kann und dafür muss man sagen, hast du das echt richtig, richtig gut hinbekommen, Alter. Ultra nice. Aber wo ist der zweite Arm? Ja, wahrscheinlich dahinter, oder? Hat sie die andere Hand in dem Body? Weiß ich gar nicht genau. Cyberpunk finde ich aber auch so ein Advanced-Thema. Ist es auch. Ist es auch. Voll. Bin auch sehr unerfahren im Freizeichnen, wollte aber dennoch was posten. Okay. Das ist doch schon mal nice. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes erstes Bild gezeichnet und sehr cool, dass du da mit anfängst. etwas komplett Neues musste raus aus meiner Comfortzone, vor allem, weil mir Digital-Art total schwerfällt. Nutze ich diesen Contest, um mich zu verbessern. Was sagt ihr? Aha. Digga, das ist legit Cyberpunk X so Fashion-Dreamer. Digga, das ist legit so, wenn du einen Fashion-Dreamer oder so auf Roblox so einen Art-Contest machst und die pullt dann da so mit so einem Outfit. Bella Porch. Der linke Fuß sieht ein bisschen so aus, als wäre es der rechte Fuß, weil der ist so nach links gebogen. Checkst du? Ansonsten finde ich, es ist ein sehr, sehr cooles Bild und ich finde es mutig von der. Was haben wir hier? Oh. Das Bild ist irgendwie krass, weil das hat nämlich was Altes und was Neues. So. Das ist ja heftig. Das ist ja wirklich heftig. Human. Boah. Das ist schon echt ein richtig, richtig geiles Bild. Das gefällt mir, das ist kreativ. Nina Lee, Dankeschön für dieses geile Bild. Cockporn Man kämpft gegen Pepe, welcher von von Brainrot befallen wurde. was ist das? Digga, stellt euch mal vor, es kommt irgendwann ein Computerspiel von Cockporn Man raus, Alter. Und das ist dann ungefähr wie Crabs Treasure und du kannst halt anstatt so Panzer hast du dann aber diese Tüten auf den Kopf, die du wechseln kannst. wieso hat Cockporn Man eine Brottüte auf dem Kopf? True. Da müsste eigentlich ein Popcornbecher haben. Aber es ist so eine geile Idee. Was haben wir hier? eine Vending Machine. Oh, das ist voll süß. Das ist echt ein richtig cooles Bild. sehr bunt, sehr bunt auf jeden Fall. I like. Was ist das? Das ist auch interessant. Boah, das ist auch echt heftig. Sau kreativ gearbeitet hier mit den Pinseln. Der Zoom macht's krass. Ja, wirklich. Der Zoom ist heftig. Das ist auch sehr, sehr geil. Vanille Keks. Das ist unfassbar cool. seit langem nichts mehr gezeichnet. Okay. Digga, das sieht ein bisschen aus wie eine Hisoka-Position, ne? So ein bisschen Hisoka im Cyberpunk-Universum. Nick als Cyberpunk-Charakter hat mir echt viel Mühe gegeben. Okay. Ja, ich würde ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle ein bisschen mit den Proportionen arbeiten, weil die nicht so ganz stimmen, auf jeden Fall. Aber an sich ist das eine sehr coole Idee. Wenn du dir jetzt so Zeit nimmst und Körper versuchst zu zeichnen, dann hast du, weil du hast bei den Farben und so schon viel Cooles gemacht, kriegst du das bestimmt besser hin. Ziemlich sicher. Okay, was haben wir hier? What is Hilfe? Einfach auf College-Blog zeichnet. Krypto aus Apex Legends. Okay. Nice. Den kenne ich aber gar nicht aus Apex. Rebecca aus Cyberpunk. Rebecca ist so eine coole. Die ist so cool, man. So ein cooler Charakter. Boah, die Farben sind halt auch wieder krank, ne? Digga, muss man ganz ehrlich sagen, die Farben sind heftig. anpinnen. Was haben wir hier? Achso, einfach, oh, hast du das auf Leinwand gemalt? Ich glaube, ja. Das ist eine Leinwand. Okay, finde ich cool. Einfach so ein bisschen so ein Blick vom Balkon in der Cyber City. Kabotcha. Wie geht's guttelgittel? Bisschen hart geworden über die Zeit. Danke für 22 Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Cyber Nick plus Tifa. Boah, Shit. Holy Shit. Also Real Talk, hätte ich kein Problem mit in der Cyber City mit meiner Tifa zu leben. Wow. Nick Beats, der auch geiler Schriftzug so auf Cyberpunk angelehnt. Das ist schon mega cool. Auch mit Crop Top, ja. Ria, 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 Aisuru, Dankeschön. Danke für Dein Prime. Pinnen wir an. Bin das erste Mal beim Artconist dabei, habe lange schon nicht mehr gezeichnet. Boah, die Maske ist heftig. Die Maske ist richtig gut geworden. Und das Gesicht ist dadurch so ein bisschen unscheinbar, vor allem hier so der Pony, aber die Maske ist richtig nice. I like, finde ich richtig cool. Also du hast auf jeden Fall ein Auge dafür, deswegen mach weiter, Lea. Hab mich von den Plakaten in Cyberpunk inspirieren lassen. Never sleep alone. 1000 Euro. Okay, krass. Einmal eine Modellwerbung. Yo, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Digga. Digga. Die Augen. Die Lippen. Der Mund. Das ist so... Da habe ich mich auch schon wieder verliebt. Digga. Du hast sogar diese Brust so... Das ist krass. Das ist krass. 1000 Euro. Ja, sehr schön. Sehr schön. Bin ich an. Dabei sein ist alles. Ganz genau, Leonie. Ganz genau. Und das ist schön. Das ist sehr cool geworden. Vor allen Dingen, was man einfach mal hoch anpreisen muss, ist, dass das schönste, was ich hier gemacht habe, das Gesicht ist, meiner Meinung nach. Und das hinzubekommen, ist echt nicht easy. Also die Augen und so, der Mund, das sieht extrem gut aus. Richtig heftig. Weiß nicht, ob das Cybertank durchgeht, but I tried. Boah, okay. Okay, okay. Meine Mütze, meine Haare, mein Hemd, was ich anhatte, meine Berserk Chain. Das finde ich das finde ich übelst chillig. Das finde ich richtig nice. Und vor allen Dingen auch so alles in blau, Alter, das fühle ich schon extrem krass. Das ist ein richtig cooles Bild. Also Retalk würde ich mir als Profilbild nehmen. Kann ich nicht anders sagen. Pinne ich auch an. Hätte ich als Profilbild genommen. Finde ich gut. Danke für den Art Contest. Warte mal. Du hast das Bild digital und auf Papier. Was? Wie hast du das denn gemacht? Hast du zweimal gezeichnet? Alter! Bro macht Hollow Knight X Cyberpunk for real. Vermutlich eingescannt, aber dann muss es ja nochmal nachgezeichnet worden sein mit den Farben. Das ist ja so krank. Okay, wo ist das in Bilo? Ich sehe es da oben am Flügel. Junge, dieses Bild ist geisteskrank. Das ist ja wirklich ein Hollow aus Bleach in Cyber. Ne, das finde ich übelst nice. Daran liebe ich alles. Soletti, das ist, das ist, das ist krass. Äh, Louis joins the battle. Till. Ah! 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 Was hast du gesagt, Chitouge? Was? was? Als ich das Bild gesehen habe, wusste ich, dass du bellst? Nein, das ist Cap. Als ob du das gesehen hast. Äh, wo ist der Song? Ist der geendet oder was? Wo ist der? Hello? Okay. Äh, was hat sie in der Hand? eine Kippe oder sowas? Oder ein Jibbit? Sie hat doch gerade so Qualm hier drin. Ja, das finde ich heiß. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen bei der Zeichnung, weil da gab es ein Error irgendwie beim Speichern eventuell. Also da wurden ein paar Pixel geerroht. Vielleicht kannst du das nochmal nachchecken, Louis. Aber ansonsten, unfassbar geil. Holy fuck. Ich zeichne eigentlich keine Menschen, aber ich wollte mich unbedingt an das Thema versuchen. So was, so was holt mich immer an meinem Komfortzone raus. Sie sind jetzt krank, das ist berät von E-Bunny. Von der E-Bunny oder Ragon Rüstung aus dem Spiel Monster Hunter. Okay, krass. Boah, das ist heftig. Boah, das ist schon echt ein richtig geiles Bild, ne? Scheiße, es sind wieder zu viele gute Bilder. Es sind wieder zu viele gute Bilder. Was mache ich? Nickbit mit Jizz? Was? Das ist Regen, oder nicht? Ähm, Juli, warum nennst du das so, Nickbit mit Jizz? Das ist ja krank. Das Bild sieht gut aus, aber die Caption, bin ganz neu hier und muss sagen, wirklich coole Community. Wollte deshalb auch mal was dazu beitragen. To B und 9S von Nier. Boah. Das ist krass. Boah, das ist heftig. Aber es ist ja kein Spoiler oder sowas, mit dem passiert ja nichts, oder? Am Ende, weil ich hab das noch nicht geschehen, das spür, es wird ja wohl kein Spoiler sein. Hey, Unique und Community, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, das Beste wollte aber trotzdem weiter üben. Oh, das bin ich mit meiner Freundin, oder wer? Chat, einfach, wie krass ist das, Chat, dass einfach in dieser Zeichnung hab ich eine Freundin, schön. Und hier ist Elina. Toll. Niek mit 2014, Albel Ali. Digga Raven, was geht bei dir ab? Foreshadowing. Irgendwie sind die zweite Pulse ein bisschen komisch aus, aber hab ich trotzdem versucht damit, das Logo nicht richtig... Okay. Oh, doch, das ist cool. Das ist sehr cool. Doch, das finde ich richtig nice. Schuh. Mhm. Mhm. I like. I like. Ist das so aufgeklebt, so 3D-perspektivisch, right? Das ist sehr kreativ. Finde ich richtig nice. Gefallen mir beide. Uwu. Okay. Also eine fallende, äh, eine fallende Position nach unten mit so einem Geldkoffer. Das ist auch sehr nice. Finde ich auch richtig gut gezeichnet. Dachte, ich trau mich einfach mal und reiche eine schnelle, und reiche eine schnelle Markenzeichnung von Lucy ein. Okay. Ui. Auch auf Papier. Boah, Digga, ich mag die Farben richtig gern. Ich finde die Farben ultra nice gewählt. Das ist ja sogar Aquarell, ne? Oder? als Grundton? Mit Koppelmarkern? Echt? Das sind Marker, okay. Achso, das steht hier sogar. Bin ich dumm? Nick als Art Cyber Samurai. Die Zeit hat mir die Woche leider wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damn. Nice. Boah. Krass. Sehr cool. Also, wenn du sagst, du hast keine Zeit, hast du aber echt viel dafür geschafft. Witch, Boom, Snails, Boom, Whale. Digga, Cine Mini, und ich weiß, du guckst zu, aber du kannst nicht chatten, aber ich bin so froh, dass du getimeoutet bist. Das ist so crazy, Cine Mini. Du bist ein, das ist so unfassbar krass. Female Ni gefesselt im Cyberpunk-Vibe. Boah, manchmal werde ich so gerne Frau, ne? Holy fuck. Wow. Von mir gibt es leider keine Buber. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Boah, ist das cool. WTF. Sushi. Da ist der Modkeller da, in der Ecke, in der Gasse, Chat. Oh, da ist mein Peak-Logo. Da ist Pepe, Gooby. RafiGear5 und diese andere heiße, wo kommt die denn nochmal her? Und Katze. Blade Runner. Ah, okay. Boah, das ist ein richtig geiles Bild. Das ist ein richtig geiles Bild. Boah, das muss ich auch pinnen. Unten rechts auch Logo. True. Bin Art-Anfänger, wollte trotzdem mitmachen. Guck mal, wie groß Dio ist. Der ist größer als ich. Dios Snack, Kitty Snacks. Port Cherry. Oh, wie süß. Das ist ja so süß. Palico Sour, Felina Happy. Das ist so cute. I like. Digga, jetzt mal im Ernst, wie geil schön ist dieses Bild. Boah, hä? Das ist irgendwie, das hat so geile Farben und das hat so, das ist schon echt heftig. Finde ich nice. Ich frag mich halt, bei so einer Zeichnung, ob das irgendwie so eine, so eine, so eine Vorlage hatte und da so drum rum gezeichnet wurde. Bis jetzt noch keinen halbnackten Mann gesehen. Oh, Marie, was sagen wir dazu? Frauen sind halt ästhetischer als Männer, was soll man dazu sagen? Ist verständlich, auf jeden Fall. Und es sind tatsächlich die meisten Girls, die ja auch die Girls zeichnen. Das ist auch komplett cool. Das pinne ich. Finde ich nice. Ich checke alle Bilder nach Kopien immer. Wenn da was ist, sage ich dir vorher. Digga, du bist wirklich Kuss. Illustration von meinem 3D-Charakter. Oha. Wie cool. Einfach einen eigenen Charakter erstellt. I like Dahlia, I like. Blender, render plus sound. Was? Wieso ist der denn ins Schwert reingelaufen? Einfach, einfach you died von Dark Souls. Junge, wie geil. Ist ohne Vorlagezeichen. Nice Wings, das freut mich. Lena. Ist das so Gatze-Café? Nein, das ist mein Twitch-Haus. Mein Cyberpunk-Twitch-Haus. Alter, wie geil sieht Dio aus. Ist das nice. Paliko auch. Hä? Wie schön du die Katzen gemalt hast. Das finde ich richtig nice. Guckt euch mal den fetten Chonk da unten an. Genauso liegt er auch immer auf meinem Bett. Hab das Thema geliebt. Boah, die Farben verändern sich. What the fuck? Ein RGB? Ein RGB-Bildchat. Hallo? Wie cool ist das denn? Ja, die Katze unten rechts sieht auch aus wie Dio. Boah, das ist schon richtig nice, ne? Wie viele Pins haben wir jetzt bis jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, ein, zweiundzwanzig, man! Zweiundzwanzig! Ich muss fünf aussuchen! Cyberpunk Eli, ich habe seit mehr als einem Jahr kein Facepaint mehr gemacht, aber damit, dachte mir, für das Thema mache ich das mal. Einfach mit und einmal ohne Filter. Boah, tschüss! Boah, das ist crazy. Digga, auch, dass du so einen passenden Ohrring dafür hast. Das ist crazy, Eli, das ist crazy. Digga, du solltest öfters auf jeden Fall so Facepaint-Shit machen. Das ist richtig nice aus. Sieht echt richtig nice aus. Sind das Kontaktlinsen? Ne, ich glaube, das sind Eli's richtige Augen. Nicken Chat, er schafft alles für ein nice Kunstwerk. Ich wollte mich inspiriert machen. Hier ist deine Zeichnung. Wieso sehe ich da so verkrackt aus? Aber das sehen wirklich alle ein bisschen verkrackt aus. Guck mal, Crack-Dio! Felina und Aliko. Aber das Bein ist das Geilste. Yo! Yo! Das Bein ist halt wirklich legit. Digga, das hat was. Ich finde das übelst cool. Noch nie so ein großes Bild gemalt. Ist zum Glück noch fertig geworden. So viel krass talentierte Leute. Digga, das bin ich und Cyber-Dio. Was? Wie krank ist das denn? Und hier hinten sind Paliko und Felina sind gesucht. Was haben die verbrochen? Was haben die verbrochen? Junge, wie cool ist dieses Bild? Damn! Dio hat Originalgröße. Bro, das ist insane. Das wird gepinnt. Leider nicht fertig geworden. Oh, schade. Aber ich und mein mein Girl. Wunderbar. Es war nur ein Traum. Das ist ein wirklich sehr schönes Bild. Finde ich sehr, sehr schön, ja. Finde ich sehr schön. Hatte leider nicht so viel Zeit. Wollte aber noch was beitragen. Alright. Hat mega Spaß gemacht mitzumachen. Hab neue Stifte bekommen. Ich und Affe? Oder, nee, das bin nicht ich. Das ist irgendjemand mit Affe. Süß. Hat etwas lange gedauert, aber echt Spaß gemacht. Danke für die Challenge. Yo. Was ist das? Das ist ja wirklich einfach ein Cyberpunk-Bild. Das ist crazy. Okay. Boah, das ist aber sehr cool geworden. Auch das Auto hast du richtig gut gezeichnet, Digga. Hintergrund cool gemacht. Steht Nick. Nice. Boah, das Bild ist nice. Das finde ich richtig gut. Das ist richtig gut. Letztes Mal ein bisschen zu viel Ass und zu wenig Beach, aber das Thema lag mir eher. Boah, Junge, was? Digga, Paliko auf meiner Schulter. Ich hab so eine Cyberpunk-Katzenmaske mit Dio und Felina hier unten. Digga, das ist ja so geil und der Hintergrund ist auch einer der coolsten Hintergründe, die wir heute hatten. Yo, das Bild ist sick. Es ist sick. Wir haben zu viele gute. Hat eigentlich sehr Spaß gemacht. War nur ein bisschen stressig. Nichtsdestotrotz bin ich mit meinem ersten digitalen Artwork zufrieden. Gerne wieder. Was passiert auf diesem Bild? Da ist einer tot? Da ist eine Waffe in der Suppe mit Tentakeln und einem Gesicht? Wo ist Cyberpunk? Äh, hier. An der Hand. Dabei sein ist alles. Digga, das ist cool. Das ist cool. Es war nicht so unbedingt das Beste hier, aber es ist auf jeden Fall eines meiner besten und zeitaufwendigsten Bilder. Boah, crazy. Ah, das Bild kenne ich. Die Pose haben wir beim Schmuckdrop genommen. Auch ein richtig cooles Bild, man. Die Hollow Knight Chain, der Duolingo-Button. Chat, das waren sie. Das war der Art-Contest für diese Woche. Junge, was hatten wir denn alles für crazy Bilder? Wie willst du da fünf Bilder rauspicken? Gar nicht. Wisst ihr, wie viele gerne ich noch gepinnt hätte, die ich nicht mache, weil wir jetzt schon 25 oder so haben? Ich muss jetzt ein Fünftel von denen, die ich gepinnt habe, da irgendwie fünf aussuchen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Legit, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich muss mich auf fünf festlegen. Ich gucke jetzt einmal kurz nochmal drüber, Chat, ja? Legit, die Bilder sind alle zu krass. Ich, ich komme nicht drauf klar. Okay, also, Cap Kelly kommt für mich auf jeden Fall mit rein. Mods, ihr könnt schon mal bei der Umfrage mit rein machen, weil das Ding ist, ich glaube tatsächlich, dass das mein Favorite ist. Ich liebe alles an dieser Zeichnung. Es gibt nichts, was ich daran nicht liebe. Nichts. Verstehe auch warum. Also, Cap Kelly ist für mich auf jeden Fall eine von den fünf. Es ist so schwer, sich hier jetzt noch, hier noch zu entscheiden. Das ist alles so cool. Mink, Mink ist das zweite, weil Reptane und weil Reptane und Cyberpunk und weil ich den Artstyle lieb. Ich liebe auch dieses Digitell, dieses Verpixelte hier. Bro, Peak, Peak, Reptane 2 von Mink. Und das Bild ist doch auch viel zu heftig, oder nicht? Also, jetzt mal Real Rap, das ist doch zu heftig. Das müsste doch auch... Real Talk, ich würde die 3D-Animation, das 3D-Gemodelte von Rannion, würde ich tatsächlich gerne auch mit reinnehmen, damit wir auch mal ein 3D-Model haben, weil ich finde die Idee extrem nice, ich finde die Umsetzung crazy. Ich finde es richtig gut. Richtig gut. Ich würde die, die einen Plane-Background haben, raustun. Okay, warum? Das ist eigentlich auch zu gut, um es nicht mit reinzutun. Real Talk. Boah, das ist auch so heftig. Real Talk für die Idee und weil es was komplett Ereignes und Abstraktes ist, Soletti mit dem Packen wir auf die 4. Real Talk. Realismus nicht gleich besser. Ich weiß, ich weiß, aber mich hat es trotzdem gecatcht. Und wenn man hier, ey, ich sage, wie es ist aber, Louis, wenn wir hier noch eine Uncensored-Version bekommen, kommst du jetzt auch in die Top 5 mit rein. Aber nur dann. Was für Down Bad! Okay, was für Down Bad! Okay, was für Down Bad! What the fuck! Packen wir das auf die 5. I'm sorry, Chat, ich muss mich auswählen. Haben wir unsere 5. I'm sorry. Ich hätte so gerne noch andere genommen. Ich kann mich hier nicht entscheiden. Ich muss mich auf 5 festlegen. Ich finde, wenn wir die 5 jetzt haben, dann ist das eine crazy Auswahl. Ich kann mich nicht entscheiden, Chat. Was findet ihr besser? Das 1 oder 2. Okay, dann nehmen wir das von Inay. Okay, so, und dann machen wir einen Poll mit den 5 Bildern. Ich, äh, wie können wir die, ähm, wie machen wir das denn nochmal, dass ich die alle sehen kann? Muss ich die alle manuell entfernen? Okay, es ist das, 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 das und das Bild. Real Talk. Und jetzt bin ich so gespannt, was da gleich rauskommt, wer, wer gewinnt. Wählen wir noch heute nächstes Thema aus? Ja. So, Chat, ihr habt jetzt einmal die Möglichkeit abzustimmen und ich bin sofort wieder da. Okay? Ich bin sofort wieder da. Stimmt jetzt einmal ab, votet einmal für euren Favorite, äh, für euren Favorite Artwork. Und, la 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 la. So. Wie, jetzt bin ich gespannt, Chat, wer hat gewonnen? Cup Kaylee mit der Cyber, äh, Frauenweiß auf Platz 1. Digga. Oh. Auf Platz 2 ist Cyber mit Katzen und auf Platz 3 sind 3. Aber, wenn wir nach den Stimmen gehen, ist That Mink auf Platz 3. Ist das krank? Clap. Chat, Respekt an alle, die, an alle, die ein Artwork für den Art Contest diese Woche reingeschickt haben. Respekt an alle. Musik 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 Musik